Willkommen Leute zu einer neuen Mod Vorstellung, heute zeige ich euch die Modifikation mit dem Namen für Camping Mod und diese fügt euch Zelte, Lagerfeuer und einiges mehr hinzu. Aber mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Gut, hier wären wir auch schon wieder. Ja, das ist eine wirklich sehr coole Modifikation. Kurze Information, die ist momentan auf der 1.8, also auf dieser spiele ich die gerade. Aber ihr könnt sie natürlich auch anders installieren, also Installation folgt nach dem In-Game-Part. Okay, ja, ich würde mich über 100 Likes freuen, also drückt den Like-Button nach oben, kommentiert und falls es noch nicht getan hat, auch abonnieren, würde uns echt freuen. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann mal. Ja, wie man sehen kann, fügt es euch so Zelte, Schlafsäcke, alles mögliche hinzu. Zum Beispiel das ist von den NPCs, also von denen hier zum Beispiel, die laufen hier in der Welt rum und manchmal kann man die hier so finden. Und man kann auch mit denen handeln, also die sind wie normale Villager, die wollen halt immer irgendwas handeln und dafür kriegt man halt irgendwas aus dem Camping-Mod. Ganz cool gemacht, finde ich, ist auch nicht so einsam, dann hier in den Wald zu campen. Okay, ja, fangen wir einfach mal an und zwar mit einem Zelt. Also, wenn wir zum Beispiel ein Zelt craften wollen, dann müssen wir diese Sachen hier haben. Aber erstmal muss man hier dieses Hanf, also das kann man nicht rauchen, falls jetzt Leute denken, ja, man kann Hanf rauchen. Ne, das muss man finden. Und zwar ist das wie Zuckerrohr, das kann man so am Wasser finden. Und, ähm, ja, das ist, verhält sich genau wie Zuckerrohr, das muss man dann abflügen. Und, äh, das, daraus kann man dieses Canvas hier, äh, bauen. Also dafür braucht man Hanf und ein, äh, Knife. Und das Knife craftet man so. Äh, es gibt auch noch ein Wikibu, ihr es nachschlagen könnt, aber ich sag's jetzt trotzdem einmal. Und, äh, wenn wir dann dieses, äh, Canvas haben, brauchen wir noch zwei Iron Sticks, die craftet man so. Und dann platzieren wir diese Canvas hier und die Iron Sticks da drunter. Dann bekommen wir ein schwarzes Zelt. Ähm, das weiße Zelt ist irgendwie, wenn man sich das jetzt über Creative Mode oder so holt, ähm, aber wie man's färbt, weiß nicht. Ich hab richtig viel ausprobiert und im Wiki hab ich auch nichts gefunden. Ich denke, das kann man sich hier nur so cheaten. Okay, ja, dann haben wir jetzt hier unser schwarzes Zelt. Und, äh, können damit jetzt ein paar Sachen machen. Wir können jetzt dann nämlich zum Beispiel, ähm, gehen wir ganz kurz hier hin, können wir zum Beispiel einen Schlafsack nehmen. Wir können jetzt hier auch eine Lampe nehmen. Und wir können auch, äh, Truhen nehmen. Ähm, nehmen wir jetzt zwei Stück. Also wir nehmen jetzt einfach zum Beispiel den Schlafsack. Also ich zeige euch erstmal, wie man den craftet. Den craftet man mit einem Messer und drei, äh, Wollblätten. Mach mal einfach rechtsklick drauf. So, dann, äh, gibt's hier noch die Lampe. Die craftet man mit Glasscheiben, mit Gold und mit Glowstone Dust. Äh, die kann dann ausgehen. Äh, da müsst ihr einfach wieder Glowstone Dust wieder reintun. Also machen wir auch rechtsklicken. Dann, ja, hängt sie im Zelt. Und dann nochmal zwei Kisten. So, und, äh, wir können jetzt rechtsklick auf dieses Zelt zugreifen. Können einfach Clear All oder einfach alle Sachen. Also Remove Bed, dann wird das gedroppt. Oder die Kisten. Und wir können jetzt hier so drauf zugreifen. Jetzt zum Beispiel hier die Lampe. Können wir was Neues reintun. Ähm, hier die, äh, Kiste. Wenn das hier voll ist, kann man hier auch so ein bisschen, ähm, rumswitchen. Und man kann auch auf das Bett klicken. Sleep. Aber wir können nicht schlafen, weil es ja nicht nachts ist. Ja, ist schon mal eigentlich ziemlich cool. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar, ähm, mit dem Lagerfeuer. Das ist ja auch wirklich sehr spannend. Und zwar, ähm, ist das ja ein, äh, normales Dekorationslagerfeuer. Das kann ich auch mal zeigen. Das craftet man so. Dafür braucht man aber erstmal dieses Cooking Campfire. Äh, das craftet man mit 4 Kabelstone. Also nicht wirklich aufwendig. Ähm, ja, das kann man hier platzieren. Und das brennt dann einfach sofort. Ist nichts Besonderes. Dann gibt es ja dieses Cooking Campfire. Das platziert man. Macht rechtsklick, kann da Kohle reintun. So. Und, äh, darüber kann man dann Sachen beraten. Wir können jetzt zum Beispiel einfach mal hier diese Kits nehmen. Ähm, als erstes das Empty Kit. Äh, das craftet man so. Ähm, das, wenn ich rechtsklick mache, ist auch leer. Da müssten wir jetzt Sachen reintun. Wenn ich jetzt damit rechtsklick mache und das hier oben reintun will, funktioniert nicht. Und zwar müssen wir da zum Beispiel, ähm, jetzt hier so, äh, diese zwei Holzsticks und einen Ironstick machen, reintun. Dann können wir das da oben reintun. Dann haben wir nämlich hier so, äh, haben wir hier so ein Zwei-Brett-Teil. Also können wir hier Fisch zum Beispiel reintun. Ähm, dann tun wir es mal zurück. Und dann können wir hier dieses hier. Das geht schon mit drei, weil da ist was drin. Ähm, ja. Ja, so, so deutlich Mastix und auch ein Eisengitter. Und dann noch zum letzten, das ist das Pan-Kit. Ähm, das craftet, äh, da tut man das hier rein, noch dieses Pan hier. Das craftet man so. Das können wir mal da rein tun. Und ja, wie man sehen kann, da passt richtig viel rein. Ja, ähm, wir können da jetzt einfach mal Fisch rein tun. Wir holen uns jetzt einfach mal rohen Fisch. Zack. Und tun den, äh, tun den hier einfach rein. Man kann die nicht stacken, wollte ich nur mal sagen. So, jetzt müssen wir einfach warten, bis der Fisch halt, äh, hier fertig ist. Wenn der zu lange drin bleibt, kann der Verbrennen und Asche entsteht. Aber das werden wir gleich bestimmt auch mal sehen. Okay, ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir uns... Das tun wir jetzt einfach mal alles hier rein. Äh, dass wir uns Marshmallows machen. Marshmallows craftet man so, indem man hier Zucker an die Seite tut. Ei und Schüssel und dann mit Wasser. Und dann raus können wir dann mit diesen Iron Sticks Marshmallow Sticks machen. Ich craftet man so. Und die nehmen wir uns jetzt einfach mal. Und das Coole ist, wir können es jetzt einfach hier einsetzen, dass wir in der Hand halten. Einfach nur da hingucken, einfach... In der Nähe bleiben. Ja, komm. Vielleicht setzt uns einfach mal hin, weil eigentlich müsst ihr das so jetzt schon, ähm, braten. Oder wir müssen einfach noch näher dran. Hm. Gerade ein bisschen komisch. Vielleicht müssen wir in den Survival-Modus. Das könnte auch sein. Also ich hätte das vorhin einmal ausprobiert, das hat eigentlich funktioniert. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht funktioniert. Äh, ja, ich würde sagen, wir probieren es einfach gleich nochmal. Okay, ähm, dann gibt es neue Tiere. So, die zeige ich jetzt auch einmal. Und zwar holen wir uns dafür ein Schwert und nehmen uns einfach mal die ganzen Spawn-Eier. So, als erstes, äh, der Camper, den hatte ich ja gerade schon gezeigt. Der verhält sich halt wie ein Villager. Ja, ganz normal, der Job hat halt einfach nur XP. Oder auch irgendwie nicht. Dann gibt es noch den, ähm, Arctic Fox. Der ist halt in Eisregion. Ja, äh, wirklich sehr scheu. Äh, der droppt halt, ähm, fällt? Warte, oh. Ja, zeige ich euch gleich an der Kiste. Also, der ist wirklich scheuer, rennt einfach weg. Und dann gibt es auch den Grüßlibeeren, der uns jagen möchte. Aber den töten wir mal. Alles klar. Also, man merkt, der ist auch, äh, ziemlich, äh, ziemlich viel HP. So, zack, und er hat uns jetzt dieses Raw, ähm, Venison gedroppt. Ja, genau. Und das können wir halt braten zu normalen Venison. Das, äh, der droppt uns auch hier dieses Brown vor. Also, braunes Fell. Und der Arctic Wolf, der droppt uns weißes Fell. Und daraus können wir dann halt diese, ähm, coole Rüstung hier machen. Dafür brauchen wir halt immer alles gemischt. Äh, ja, die kann man jetzt einfach mal anziehen. Und wie man merkt, unser Sichtuell hat sich schon geändert. Und wir sind etwas schneller. Ähm, ja. Sieht auch wirklich sehr cool aus. So, ein bisschen, so, weiß nicht, Eskimo-mäßig. Ich weiß, Eskimo darf man nicht mal sagen, aber okay. Ähm, ach, scheiße. Irgendwie ein ganzer Fisch ist verbrannt. War zu lange drin, aber das meine ich. Jetzt haben wir hier Asche, damit können wir nichts machen. Ähm, okay. Dann, ähm, gibt es noch diese Sachen hier. Die wir jetzt Inventar tun können. Also, ich hatte es ja schon gezeigt. Lampe, das Messer. Dann gibt es hier noch einen Rucksack. Den craftet man so mit dem Canvas. Und es gibt, äh, die Möglichkeit mit einer Karte. Und zwar, wenn man diese ganzen Sachen jetzt einfach hier in den Slot tut. Also, jeder Slot ist dafür halt gedacht. So, das bringt uns jetzt alles, äh, also alles ein bisschen die Möglichkeiten. Zum Beispiel die Karte, wie man oben rechts sieht. Ähm, gibt es jetzt so eine coole Minimap. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Leider sieht man den Rucksack nicht. Wollte ich nur mal sagen. Ähm, ja. Ja, das, äh, Leif gibt uns halt eine Crafting Bench. Ist auch wirklich sehr cool, wenn wir unterwegs sind. Ähm, und Backpack ist auch klar. Und dann gibt es hier noch, ähm, hier so ein paar Einschaffungssachen, aber das würde ich einfach lassen. Damit habe ich mich auch nicht befasst. Ja, und die Laterne bringt uns halt, äh, im Dunkeln Licht. Wie man sehen kann. Also, wirklich sehr nützlich. Okay, ähm, dann gucken wir, was noch unsere Kiste so alles hat. Ja, jetzt kommen wir zur Bärenfalle. Die ist wirklich sehr nützlich. Die Kroftet man erstmal, äh, mit diesen Iron Sticks und, äh, äh, Eisenbarren in der Mitte. So, wenn wir jetzt reinlaufen würden, wenn wir damage kriegen und wären auch so vergiftet. Äh, der Bär natürlich auch, aber damit er auch wirklich reinläuft, kann man die hier einfach einen Fisch reinlegen. Ein rohen Fisch. Ja, wie man seht. Äh, ja, ist da Fisch drin. Und, ähm, wir werden jetzt einfach mal einen Bärenspawn. Muss ganz kurz gucken. Hm, Grizzly Bär da. Und, äh, ja, der wird jetzt reinlaufen und er ist jetzt gefangen. Äh, wir könnten ihm jetzt auch Fisch geben, wenn er jetzt nicht sterben würde und dann wäre er nicht mehr aggressiv. Also, er würde uns nicht mehr angreifen. Okay, ähm, gucken wir noch. So, ja, dann haben wir eigentlich auch schon alles. Also, ist eine wirklich sehr coole Modifikation. Außer natürlich, das haben wir noch nicht, ist mir gerade aufgefallen. Äh, Locksheet, das Kraft hat man so mit einem Taschenmesser und einem Holz. Und dann kann man sich einfach draufsetzen. Also, nicht so besonders, aber ist schon ganz cool. Okay, ja, äh, das war's dann vom Ingame-Part. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese Modifikation installiert, dann bleibt es dran, denn ich zeige euch jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So, hier wären wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Mods. Was er benötigt, sind diese drei Dateien. Einmal, ähm, die Microforge als Installer. Ich habe jetzt alles auf der 1.8. Aber wenn ihr alles dementsprechend abstimmt, wenn ihr, sag ich jetzt mal, für die 1.7.10 das haben wollt, müsst ihr halt auch alles für die 1.7.10 runterladen. Okay, ähm, ja, wenn ihr den Installer braucht, ihr braucht die Campfire-Mod und ihr braucht diese Core hier. Das ist damit überhaupt die Campfire-Mod, ähm, funktioniert. Okay, als erstes geht ihr auf den ersten Link, ähm, der mit Mod gekennzeichnet ist. Dann kommt ihr hierhin zu Planet Minecraft und, ähm, hier könnt ihr auch nochmal ein bisschen was lesen. Und, äh, dafür gehen wir jetzt hier auf die offizielle Website. Und hier können wir dann, also nicht hier drauf reinfallen, hier steht manchmal Download bla bla bla. Ihr müsst hier oben auf Download klicken und dann könnt ihr es hier auswählen. 1.8 zum Beispiel Download Mod, äh, Download Core oder ihr wählt hier 1.7.10 aus. Ihr müsst halt auch die Core runterladen, also einmal hier draufklicken und einmal hier draufklicken. Dann könnt ihr beides runterladen. Halt, wie gesagt, immer für die Version abstimmen. Und dann geht ihr auf den zweiten Link, auf den Forge-Link und hier wählt ihr halt auch dementsprechend, was ihr für die Mod gewählt habt, auch die Forge aus, also für die 1.8. Einfach hier draufklicken und dann hier einfach auf Installer. Okay, äh, wenn wir die drei Dateien haben, öffnen wir mit Start und Air das Fenster ausführen und geben dort Prozent AppData Prozent, eindrücken auf OK. Gehen an den Punkt Minecraft Ordner, gehen in den Versions Ordnern. Wir sehen, hier haben wir keine Forge für die 1.8 installiert, also machen wir Doppelklick auf den Installer. Lassen Install Client ausgewählt, drücken auf OK, warten kurz ab und Minecraft Forge ist installiert. Äh, dann gehen wir zurück, gehen in den Mods Ordner, wenn ihr den nicht habt, erstellt ihr den einfach M-O-D-S, alles kleinschreiben, drücken auf OK und ziehen einfach diese beiden Mods hier rein. Und, äh, ja, dann einfach nur noch Minecraft mit den Forge Profil laden und ist es eigentlich auch schon alles erledigt. Hier, das erstellt sich, das könnt ihr aber auch löschen. Ja, und, äh, das war's dann eigentlich auch mit der Installation, ist eigentlich ziemlich, ziemlich einfach. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.